Willkommen bei einer neuen Folge von Social Success. Ich hoffe, ihr freut euch mindestens genauso wie ich, dass ihr wieder mit am Start seid. Denn in dieser heutigen Folge, auch wieder zum Motivation Monday, wird es um ein richtig, richtig nice Thema gehen und zwar um die Komfortzone. Und die wird echt unterschätzt, muss ich sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine lange Folge wird. Also, wenn ihr nicht eine Stunde zuhören wollt, dann würde ich euch vorschlagen, auf doppelte Geschwindigkeit zu hören. Ich weiß aber noch nicht, wie lange die Folge geht, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall einige Notizen für euch habe. Deswegen lasst uns am besten nochmal direkt starten, denn es geht vor allem in dieser Folge überhaupt darum, was die Komfortzone überhaupt ist und wie man lernen kann, diese zu verlassen. So, vielleicht kennt ihr ja den Spruch, das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone. So, und in dieser Podcast-Folge zum Motivation Monday werden wir einfach auf die Frage eingehen, was die Komfortzone überhaupt ausmacht, weil auch generell viel mehr Psychologie dahinter steckt, als man zunächst vermutet. Und ihr werdet außerdem befahren, wie ihr diese verlassen könnt, was ich gerade schon meinte. Und dazu werdet ihr auch Tipps bekommen. Wie immer, passende Tipps zur direkten Umsetzung. So, interessant wird die Folge vor allem deshalb, weil die Komfortzone ja schön und gemütlich klingt, allerdings sehr gefährlich werden und dir damit auch zum Verhängnis werden kann. So, und hier begegnet dir jedoch dein großer oder dein größter Gegner, und zwar dein limbisches Gehirn. Denn dein limbisches Gehirn ist ein Teil deines Gehirns, das dich vor Gefahren schützen möchte und vor Veränderungen. Und immer wenn du etwas Neues machen möchtest, was du vorher zu Beginn auch gar nicht gemacht hast, dann signalisiert dir das, ja, neu heißt Gefahr. So, der Punkt ist allerdings, nicht jedem ist klar, wo die Komfortzone überhaupt anfängt und wo sie aufhört. Und wie der Name schon sagt, ist die Komfortzone ein Bereich, in dem du dich komfortabel und wohlfühlst, wo du einfach keinerlei Probleme oder Herausforderungen hast oder zu meistern hast. Und, ja, sie bezeichnet nicht mehr unbedingt einen Ort wie zu Hause, dass du dich zu Hause wohlfühlst, sondern es ist vor allem eine ganze Lebensweise, es ist ein richtiger Lifestyle. So, also wenn du dich zu wohl in deiner Komfortzone fühlst, dann wirst du dich schwer tun, Neues auszuprobieren, beziehungsweise dich überhaupt zu trauen und dich auf neue Erfahrungen und Menschen einzulassen. So, und ganz wichtig an dieser Stelle, jede Komfortzone ist individuell. Das heißt, als extrovertierter Mensch fällt es dir beispielsweise viel leichter, auf fremde Menschen zuzugehen und neue Kontakte zu knüpfen, als wenn du ein introvertierter Mensch bist. Es hat also auch sehr viel mit Charakter und Persönlichkeit zu tun. So, und in unserer Komfortzone fühlen wir uns wohl, weil wir uns dort einfach bestens auskennen. Wir haben da diesen Komfort, wir können da handeln, ohne viel nachdenken zu müssen. Wir haben einfach keine Herausforderungen und wir können einfach unseren Gewohnheiten nachgehen. Und persönliches Wachstum passiert jedoch nur außerhalb der Komfortzone, wenn du eben gezwungen wirst, dich neuen Erfahrungen zu stellen und Herausforderungen meistern zu müssen. So, klingt eigentlich logisch, ist es auch. So, und deshalb ist es natürlich wichtig zu wissen, wo die Komfortzone anfängt und wo sie aufhört. Und die Komfortzone hat genau dann auf, wenn eine Situation ungewohnt für dich ist, wenn du dich eventuell sogar unwohl fühlst oder dich dann Ängsten stellen musst. So, doch nur dann kannst du genau diese Ängste überwinden und persönlich wachsen. Das ist es eben. Pädagogisch gesehen, übrigens, habe ich herausgefunden, gibt es genau drei Zonen, in denen sich der Mensch bewegt. Und zwar die Komfortzone selbst, die Wachstumszone und die Panik- bzw. Angstzone. Und das lässt sich ja eigentlich ganz leicht beschreiben. Also das nennt man auch das Drei-Zonen-Modell. Denn während du in der Komfortzone in deinen Gewohnheiten verweilst, kannst du dich in der Wachstumszone, also in der zweiten Zone, neuen Herausforderungen stellen. Und wenn du die Wachstumszone betrittst, verlässt du unweigerlich auch deine Komfortzone. Das heißt, du brauchst mehr Energie, du musst dich mitunter auch deinen Ängsten stellen und dich können auch Rückschläge treffen. Und das kann unfassbar kraftraubend sein, ich glaube, das kennt jeder von uns. Aber meistens eignest du dir erst neues Wissen an, wenn du dich eben Herausforderungen stellst. Und dann kannst du deine Komfortzone erweitern. Das heißt, du fühlst dich bei der Ausführung der vorher fremden Tätigkeiten jetzt wohl und musst du weniger Energie investieren. Und nach und nach kannst du dann deine Komfortzone immer weiter vergrößern, indem du immer wieder und wieder in die neue Wachstumszone trittst. Und wenn du dich jedoch übernimmst und dich beispielsweise zu vielen Herausforderungen gleichzeitig widmest, dann kann es passieren, dass du in die Panikzone bzw. in die Angstzone, die dritte Zone, gerätst. Und auch wenn die Aufgaben komplett fremd sind und du überfordert bist, dann kann diese Panikzone beispielsweise einsetzen. Und hier bist du starkem Stress ausgesetzt, der zu Panikattacken führen kann, mit körperlichen Symptomen wie Herzrasen und Zittern. Und das ist natürlich weniger wünschenswert. Also ist es so, dass beispielsweise scheiterst du, dann kann es negative Auswirkungen auf dein Selbstwertgefühl haben und auf dein Selbstbewusstsein. Das heißt, Erfolgsergebnisse können Angstzustände zwar überwinden oder jedoch überwinden, sodass du gestärkt aus der Situation hervorgehst. Das heißt, Erfolge können dir dabei helfen, diese Zone zu überbrücken oder gar nicht erst dahin zu kommen. Und gefährlich ist die Komfortzone aus dem Grund, dass du eben alten Gewohnheiten, Denkmustern und Glaubenssätzen nachgehst und es somit immer schwieriger wird, diese zu lösen. Also wirklich, dass diese Gewohnheiten und diese Glaubenssätze sich so bei dir verankern, dass du es teilweise auch gar nicht mehr merkst. Und du hast keine Anstrengungen oder negative Überraschungen in der Komfortzone. Aber du verschließt dich nur an Erfahrungen und somit persönlichen Wachstum. Du verlierst Motivation, du verbesserst dich in keinem einzigen Lebensbereich und du hast somit eigentlich alles erreicht, was für dich wortwörtlich möglich war. Und der Punkt ist halt einfach, dass Ziele und Träume in der Komfortzone gar keinen Platz haben. Denn wenn du deine Ziele und Träume erreichen möchtest oder erfüllen möchtest, dann müsstest du deine Komfortzone erweitern und beziehungsweise dann müsstest du in die Wachstumszone übergehen. Weil wenn diese Ziele und Träume in deiner Komfortzone wären, dann hättest du sie ja bereits. Und der Punkt ist halt einfach, dass sowohl Ziele als auch Träume super wichtig für deine mentale Gesundheit sind. Sprich, hast du kein Ziel mehr vor Augen, dann siehst du vielleicht auch keinen Sinn mehr im Leben. Und dies ist jedoch essentiell, um glücklich zu sein. Also wenn du jetzt nur zu Hause hockst den ganzen Tag und nicht mal einen Grund hast aufzustehen, natürlich bist du dann nur in deiner Komfortzone und natürlich bist du dann noch unglücklich und siehst keinen Sinn im Leben. So, aber jetzt solltest du auch so generell ein gutes Verstandnis darüber haben, was die Komfortzone überhaupt ist und warum sie dir schadet. Also gehen wir jetzt mal zu dem Punkt über, wie du sie verlassen kannst, sodass du einfach über dich hinaus weckst und es, ich sag mal, zu deinen Gunsten passiert. So ein einfaches Beispiel, wie die Komfortzone funktioniert und dir helfen kann, ist, wenn du dauerhaft in der Komfortzone verweilst, dann kann sich das einfach negativ auf deine körperliche Gesundheit auswirken. Ich glaube, jeder kennt einfach das Bekannte, der Beispiel der Couch-Potato. Da lässt es sich halt einfach besonders bequem und komfortabel leben. Und angenommen, du möchtest jetzt anfangen mit Sport, weil du halt einfach durch das ganze Couch-Potato-Dasein extrem zugenommen hast, dann musst du erst mal deine Komfortzone verlassen, wenn du jetzt Sport treiben möchtest. Und das kostet dich Überwindung, das kostet dich auch Anstrengung, aber erst wenn der Sport ein Teil deiner täglichen Routine ist, dann ist es auch Teil deiner Komfortzone. Und damit hast du deine Komfortzone erweitert. Es ist also essentiell, seine Komfortzone zu verlassen, um nicht nur seine mentale Stärke, was wir gerade schon hatten, sondern auch seine körperliche Gesundheit zu pflegen und sich darum zu kümmern. Und das ist ähnlich auch im Beruf. Wenn du beruflich vorankommen möchtest, dann musst du dich neuen Herausforderungen stellen, du musst dir neue Fähigkeiten aneignen und dich stetig weiterentwickeln. Gehst du jedoch beispielsweise jeden Tag nur denselben Tätigkeiten nach, dann können sich weder deine Fähigkeiten noch dein Wissen erweitern. Das heißt, du verharst dauerhaft in einer Position und kannst diese dann sogar verlieren, weil andere dich überholen. Und gerade heutzutage ist es wichtig, sich stetig weiterzubilden und Neues zu lernen, da die Berufswelt sich stetig wandelt. Und während neue Berufswelder hinzukommen, verschwinden andere. Das haben wir, glaube ich, alle gemerkt, sowohl während Corona als auch durch den Einsatz von Robotern beispielsweise. Und eine Umschulung kann dir beispielsweise eine ganz neue Perspektive bieten, setzt jedoch voraus, dass du eben deine Komfortzone verlässt. Das heißt, du trittst da durch diese Umschulung wieder in die Wachstumszone hinein, du wächst über dich hinaus und hast damit deine Komfortzone erweitert, weil was du dabei gelernt hast, ist jetzt in deinem Kopf drin. Du fühlst dich wohl damit, weißt du? Und das Gefährliche an der Komfortzone ist ja, dass du gar nicht merkst, wie du dich eben an alles gewöhnst. Das heißt, du verfällst ganz schnell in Routinen und es wird dein Alltag. Also kommen wir jetzt zu der Praxis, wie wir es schaffen, eben die Komfortzone zu verlassen und uns weiterzuentwickeln, ohne uns zu überarbeiten. Dabei habe ich acht richtig, richtig gute Tipps für euch. Also wirklich, bleibt am Ball, denn die Tipps und wirklich, Leute, schreibt am besten sogar mit. Wenn ihr über das Handy hört, dann nehmt euch jetzt Notizen und schreibt mit und setzt es auch wirklich um, denn das kann echt behilflich sein. So, und Tipp Nummer eins ist erstmal, ja, seine Warums zu finden. So, das heißt, um die Komfortzone verlassen, musst du erst einmal die nötige Motivation finden und aufwenden. Und dein bisher bequem eingerichtetes Leben verlässt du wahrscheinlich nicht ohne Grund. So, also überleg dir da ja verschiedene Gründe, warum es sich für dich lohnt, dich einer bestimmten Angst oder Herausforderung zu stellen. Egal, ob das jetzt die Gesundheit ist, deine Karriere oder deine Familie. Das kann für mich auch ein bestimmtes Ereignis sein. Aber wenn du beispielsweise unter Flugangst leidest, dann kannst du gerne eine lange Weltreise zum Beispiel antreten. Beziehungsweise sagen wir so, du leidest unter Flugangst, aber möchtest das gerne. Du möchtest gerne eine lange Weltreise antreten, aber geht halt nicht wegen dieser Flugangst. Dann ist das dir vielleicht der größte Ansporn, den du brauchst, um eben deine Angst zu überwinden. Und du musst ja nicht direkt eine lange Weltreise machen. Du kannst auch erstmal nach, keine Ahnung, nach London fliegen. Aber überwinde diese Angst. Und an dieser Stelle ist beispielsweise eine Listenführung sehr zu empfehlen, um einfach deine Ziele und Motivation vor Augen zu halten. Also visualisiere auch gerne deine Ziele, damit dir die Umsetzung leichter fällt. Das heißt, du hast es immer vor Augen und hast so einen Grund, morgens aufzustehen, weil du ein Warum hast. So, kommen wir zu Tipp Nummer 2. Und zwar hatten wir gerade schon das Thema Routinen. Und Tipp Nummer 2 ist Brichroutinen. Also, um die Komfortzone zu verlassen, ist es einfach enorm wichtig, Routinen aufzubrechen. Routinen können den Alltag zwar erheblich erleichtern und sind essentiell für einen geregelten Tagesablauf. Deswegen, ich habe hier selber auch eine Morgenroutine etc. Aber du solltest niemals deine Offenheit und deine Flexibilität verlieren. So, das heißt, ein Tipp an der Stelle, wandle deine Routinen von Zeit zu Zeit ein wenig ab, damit du deine Komfortzone mal wieder verlässt und dich auf Neues einlassen musst. Und das können auch schon kleine Veränderungen sein, die einen großen Unterschied ausmachen können. Und du könntest morgens beispielsweise einfach ein bisschen früher aufstehen und bereits wichtige Aufgaben für den Tag erledigen. Das heißt, du startest schon aktiv in den Tag und motivierst dich vielleicht sogar dazu, weitere Herausforderungen anzunehmen, weil du ja schon so krass in den Tag gestartet bist. Und statt abends einfach auf der Couch zu liegen, könntest du vielleicht zum Sport gehen oder dich mit einem Freund treffen, mit dem du schon lange keinen Kontakt mehr hattest oder einfach eine Weiterbildung machen, zum Beispiel einen Online-Kurs oder du arbeitest an einem eigenen Business etc. Also einfach immer wieder ein bisschen in die Wachstumszonen übergehen und Routinen brechen. So, und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 3. Sei du selbst und steh zu dem, was du tust und was du magst. Das heißt, manchmal kann die Meinung anderer dich zwar daran hindern, deine Komfortzone zu verlassen, aber genau dann solltest du dir das bewusst machen. Beispielsweise, du würdest gerne ein neues Hobby wagen oder einen neuen Lebensweg einschlagen, tust es aber nicht, nur weil du dich vor der Kritik deiner Mitmenschen fürchtest. Und genau darum solltest du dich von dieser Angst befreien und zu dem stehen, was du tust. Also wirklich du selbst sein und das tun, was du magst. Das bedeutet ja nicht, dass du jetzt irgendwie Menschen aus deinem Leben ausschließen musst. Und du sollst auch, also der Punkt ist halt einfach, du musst nicht deine Mitmenschen glücklich machen, sondern einfach nur dich selbst. Und Freunde, Familie und Partner werden dir sowieso immer zur Seite stehen und mit Rat und Tat dir einfach helfen wollen. Und ihre Meinung kann dir auch helfen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Wenn du jedoch einfach Angst hast, aus der Masse herauszustechen, so keine Ahnung, weil du zum Beispiel Pole Dance machen möchtest oder so, und weil du dich einfach keiner Kritik aussetzen möchtest, dann bleibst du eben in der Komfortzone und kannst dich nicht weiterentwickeln. Also ganz gemeingesagt, dann scheiß auf die Meinung anderer. Solange du keinen anderen verletzt und selber glücklich bist, ist das die Hauptsache. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 4. Übernimm Verantwortung. Denn wer Verantwortung übernimmt, der begibt sich oft in Situationen, die wenig komfortabel sind. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise Abteilungsleiter einfach mehr verdienen, weil sie halt einfach Verantwortung übernehmen müssen. Und man tritt einfach unweigerlich aus seiner Komfortzone. Das ist jetzt egal, ob das beruflich ist oder ob das privat ist. Wenn du keine Verantwortung übernimmst, dann kommst du nicht voran. Versuche also, dich selbst zu motivieren und Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Tritt aus deiner Komfortzone für ein positives Lebensgefühl und einfach mehr Lebensfreude. Es war bei mir beispielsweise so, dass ich damals Verantwortung übernommen habe, indem ich einfach mal ausgezogen bin nach dem Abi. Das war für mich auch echt... Also ich habe einfach die Stadt verlassen. Für mich war das auch so Komfortzone verlassen, aber ich hatte richtig Bock darauf. Und klar war das dann auch ein positiveres Lebensgefühl. Und wenn wir schon beim Thema Aussehen sind, eine weitere Empfehlung ist hierbei zum Beispiel, sich von seinen Eltern zu entkoppeln. Das heißt natürlich nicht, dass du morgen ausziehen sollst oder dass du deine Eltern nicht mehr brauchst, sondern dass du lernen sollst, auf dich selbst gestellt zu sein. Mir hat es beispielsweise extrem geholfen, um endlich Verantwortung zu übernehmen und zu lernen, mich selbst zu ernähren, dass ich weg von Hotel Mama gekommen bin. Den Tipp habe ich übrigens aus einem Video von Gary V., in dem er selbst sagt, dass man sich von seinen Eltern lösen soll. Also sag ihnen beispielsweise, dass du kein Geld mehr von ihnen haben möchtest, aus solchen Taschengeld, um einfach sozusagen selbst gezwungen zu sein, die Initiative zu ergreifen und beispielsweise selbst arbeiten zu gehen. So, Tipp Nummer 5. Stell dich deinen Ängsten. Und das ist wohl der beste verständliche Tipp, um seine Komfortzone verlassen. Viele Menschen halten ihre Ängste davon ab oder die Ängste halten sie davon ab, aus der Komfortzone herauszutreten. Sie möchten sich einfach ihren Ängsten nicht stellen. Viele fürchten sich sogar davor. Aber so kreieren sie eben immer wieder neue Ängste und es wird immer schwieriger, die Komfortzone verlassen. Besser ist es eigentlich, sich direkt seinen Ängsten zu stellen, weil sonst kannst du sogar eine Angststörung oder Angstzustände entwickeln. Und diese musst du am Ende sogar therapeutisch eventuell behandeln, damit sich dann nachhaltig eine Besserung einstellt. Das heißt, wenn du jetzt wirklich schon Angststörungen oder Angstzustände entwickelt hast über die Zeit, dann ist es wirklich am besten, wenn du nachhaltig Besserung möchtest, das therapeutisch dich dazu betreuen zu lassen. Aber auch hier an der Stelle sei gesagt, nimm dir gerne eine weitere Liste dafür und schreib dir auf, wovor du dich fürchtest. Das kann, wie auch vorhin gesagt, die Flugangst sein oder beispielsweise die Angst, alleine zu wohnen. So, und ein weiterer Tipp an dieser Stelle, überleg dir immer, was im schlimmsten Fall passieren kann, also der Worst Case. Meist erkennst du das dann darin, dass deine Angst unbegründet ist. Sprichst du jemanden auf der Straße an, dann kannst du schlimmstenfalls zurückgewiesen werden. Das ist genauso wie, wenn du deinen Schwarm fragst, deinen Crush, ob wir zusammen sein wollen, was will er denn mehr sagen, außer nein. Und darunter kann natürlich erstmal dein Selbstwertgefühl leiden. Das ist total normal. Aber wenn du deinen Selbstwert kennst und an deiner Selbstliebe arbeitest, dann macht dir die Zurückweisung eines Menschen nicht mehr viel aus, weil du kennst deinen Wert. Also Selbstwert, du kennst deinen eigenen Wert. Und je öfter du dich deiner Angst stellst und Menschen ansprichst, umso mehr wirst du erkennen, dass die meisten Menschen sogar freundlich und zuvorkommend reagieren. Also einfach mal Ängste überwinden. Und da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 6. Du musst die Komfortzone nicht alleine verlassen. So, es kommt natürlich darauf an, was genau die Herausforderung ist, aber du musst sie nicht alleine verlassen. Wenn du dich zum Beispiel alleine nur schwer dazu überreden kannst, deine Komfortzone zu verlassen, kannst du dies auch einfach zusammen in der Gruppe oder mit einem Freund oder eben mit deinem Partner tun. und angenommen, du willst mehr Sport treiben, dann kannst du dich natürlich auch alleine motivieren. Das ist aber vielleicht schwieriger, als wenn du einen Trainingspartner hast oder eine Laufgruppe sogar hast, die dir dabei helfen können, so deinen inneren Schweinehund zu überwinden. Also, auch wenn du solche für eine wichtige Prüfung lernen musst und dich nicht alleine auf den Lernstoff fokussieren kannst, hilft dir vielleicht auch eine Lerngruppe dabei, dir den Stoff anzueignen, dass man sich gegenseitig abfragt etc. Gemeinsam ist es halt einfach leichter, Herausforderungen zu meistern. Das heißt, wenn einer einen Tief hat, kann der andere den anderen motivieren, genauso andersrum. Ihr könnt euch also einfach gegenseitig bestärken und weiterhelfen. Und auch ein Misserfolg lässt sich zusammen eher verkraften. Und fühlt der eine sich in dem einen Bereich sicher, kann er den anderen bestärken und unterstützen, sich in diesem Bereich zu verbessern. Oder, ja, ihr könnt euch einfach gegenseitig eher motivieren, eure Komfortzone zu verlassen und profitiert einfach beide von eurer Teamarbeit. und auch ein Mentor beispielsweise kann dich bei deiner Komfortzone unterstützen, indem er halt sagt, okay, er unterstützt dich bei Herausforderungen und triggert dich so, dass du aus deiner Komfortzone herauskommst. Beispielsweise, wenn du eine neue Sportart erlernen möchtest, dann fühlst du dich viel sicherer und hast mit professioneller Unterstützung zudem eher Erfolg. Such dir also auf jeden Fall einen Mentor. Und Tipp Nummer sieben, verreist auch mal alleine. Das ist tatsächlich so eine Sache, darauf hatte ich damals gar keinen Bock, aber um zu wachsen und seine Komfortzone zu verlassen, ist das sogar mit der beste Tipp, verreist einfach alleine. Egal, ob das jetzt Backpacking ist oder Camping oder eine Stadttour oder sonst was, verreist mal ohne Partner, ohne Eltern, ohne Freunde und erkunde eine Stadt einfach selbst. Noch besser ist es, wenn du vor Ort dann sogar neue Menschen kennenlernst, am besten keine Deutschen. Und ich bin solche bisher auch nur einmal verreist alleine und das war für mich auch krass, das Komfortzone verlassen. Das war ein richtig großer Trigger für mich. Aber ich habe es auch geschafft. Ich bin nämlich damals nach Amsterdam und habe dort über Couchsurfing sogar einheimisch, das sage ich mal, kennengelernt und die waren auch echt super lieb. Es hat so Spaß gemacht. Ich hatte eigentlich erst ein bisschen, nein, ich hatte nicht Angst, aber es war echt schon eine Komfortzone, naja, also eine Komfortzone, also es war ein Austritt aus meiner Komfortzone allein zu verreisen. Aber die Story dazu, warum ich dann auf einmal alleine in Amsterdam war, muss ich euch auch nochmal in einer anderen, in einer separaten Podcast-Folge erzählen. Aber kommen wir zum letzten, aber auch mit zum effektivsten Tipp und zwar Tipp Nummer 8. Mache mit Freunden oder mit Bekannten eine Komfortzone-Challenge. Und dieses Konzept gibt es sogar recht oft, also es gibt Gruppen, die gegründet wurden, denen ihr da beitreten könnt, beispielsweise auf Meetup oder auf Facebook oder ihr macht es einfach wirklich mit Freunden. Und jedes Mal gibt es dann verschiedene Aufgaben, bei denen ihr eure Komfortzone verlassen müsst. Beispielsweise, dass man fremde Menschen im Einkaufscenter anspricht, ist so das Leichteste und die Scheibe davon wäre zum Beispiel, sich im Einkaufscenter einfach auf den Boden zu legen. Keiner sagt, dass du das jetzt machen musst, überlegt euch da selber was, um aus eurer Komfortzone herauszutreten. Und es ist auch viel cooler, wenn man das dann gegenseitig macht oder zusammen macht, weil man kann sich gegenseitig motivieren und hat vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß bei der ganzen Sache. Aber an der Stelle ist ja auch gesagt, du musst nicht das jetzt einmal im Monat machen. Du kannst zum Beispiel auch einfach zweimal im Jahr oder einmal im Jahr etwas Neues ausprobieren, was dich aus deiner Komfortzone herausholt. Das können auch Dinge sein, die du schon immer mal machen wolltest, aber dich einfach nie getraut hast, wie beispielsweise Bungee Jumping, das ich solch immer machen wollte und bisher noch nicht gemacht habe, Faschumspringen oder sowas wie Achterbahn fahren. Also Bungee Jumping habe ich auch richtig Schiss vor, aber ich möchte das auch unbedingt mal machen. Aber du musst jetzt halt einfach selbst schauen, okay, mach das, was dir am meisten Spaß macht und probier dich einfach aus. Und du wirst merken, wenn dich was triggert und du nicht wirklich Lust hast, eine Aufgabe zu erfüllen, genau dann solltest du es eben tun. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Für am besten auch eine Liste, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast und dann mach genau diese Sachen. So, aber Leute, ganz, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle nochmal, du solltest regelmäßig in deiner Komfortzone zurückkehren und für Entspannung sorgen. Denn nur so kannst du auch Stress wieder abbauen und deinem Körper eine Ruhepause gönnen. Das heißt, wenn du ständig unter Druck stehst, fällt es dir viel schwerer, etwas zu lernen. Du handelst nicht effektiv, sondern affektiv und panisch und anstatt mitzudenken und persönlich zu wachsen, ja, bewirkst einfach das Gegenteil. Und die Komfortzone ist, ja, für ein ausgewogenes Leben einfach essentiell. Routinen und ein Rückzugsort sind so wichtig für dein Wohlbefinden. Das kann auch, guck mal, dein eigenes Bett, du kannst auch in deinem eigenen Bett besser schlafen als in einem fremden Bett. Und wenn du deine Lebensweise niemals überdenkst und in deiner Bequemlichkeit allerdings feststeckst, kommst du im Leben nicht vorwärts. Das heißt, find da wirklich eine Balance, eine gesunde Balance. Und wir haben ja vorhin über das Drei-Zonen-Modell gesprochen. Vielleicht kennt ihr ja die, also es gibt so eine Abbildung des Vier-Zonen-Modells, das werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen. und zwar poste ich heute, also wenn die Folge online kommt, auch einen Instagram-Post. Da werde ich das mit reinnehmen in den Karussell-Post. Das heißt, da müsst ihr einfach nach links swipen. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Aber falls du die Folge jetzt beispielsweise später anhörst, dann schau dir einfach das Posting vom 7. September an, vom 2020. Und dann siehst du da auch nochmal, woraus das Vier-Zonen-Modell besteht. Und zwar ist das zum einen die Komfortzone, die einfach sicher und kontrollierbar für dich ist. Und danach kommt die Angstzone, in der man eher auf die Meinung anderer hört, sich Dinge ausreden lässt und zu wenig Selbstbewusstsein hat, die Initiative zu ergreifen. Danach, in der anschließenden Zone, kommt die Lernzone. In der konfrontierst du dich allerdings mit Problemen, änderst endlich dein Mindset, willst dazulernen und dir Wissen aneignen und bist wirklich bereit, dich herausfordernd zu stellen. Und in der abschließenden Wachstumszone, da ignorierst du feine Lieder die Meinungen anderer, lebst deine eigenen Träume, findest deine Bestimmung, setzt dir Ziele, verfolgst diese auch und findest einfach somit dein wahres Glück. Und jetzt überleg dir gerne mal, in welcher Zone du dich momentan befindest. Ist das wirklich die Komfortzone? Ist das die Angstzone, in der du halt einfach zu wenig Selbstbewusstsein für etwas hast und Ausreden suchst? Ist das die Lernzone, wo du wirklich bereit bist, dir dazuzulernen, dir Wissen anzueignen und halt wirklich dich mit deinen Problemen zu konfrontieren und wirklich zu reflektieren? Oder bist du sogar vielleicht sogar in der Wachstumszone, aber wirklich, dass du wirklich deine Träume lebst und deinen Zielen nachjagst? Und sobald du jetzt mal reflektiert hast, in welcher Zone du dich befindest, dann kannst du richtig loslegen, weil du einfach deinen Standpunkt kennst. Das heißt, du bist an Punkt A, deiner momentanen Zone und du willst zu Punkt B. Also nimm dir wirklich die Tipps aus dieser Podcast-Folge zu Herzen und verfolg deine Ziele und Träume. Und es gibt diesen Spruch, klingt zwar blöd, aber ist wirklich wahr, träum nicht dein Leben, sondern leb deinen Traum. Ja, jedenfalls Leute, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, ihr konntet eine Menge aus dieser Folge mitnehmen. Hinterlasst mir super, super gerne Feedback auf Instagram, schreibt mir auch gerne, in welcher Zone ihr euch momentan befindet, vielleicht kann ich euch ja sogar weiterhelfen, wenn ihr gerade irgendeinen Trigger habt. Schreibt mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, ich würde mich super freuen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal wann ihr diese Folge hört, ob jetzt morgens, mittags, abends, Mitternacht oder sonst wann. Passt auf euch auf, verlasst heute eure Komfortzone, ich habe euch ganz so lieb und wir sehen uns in der nächsten Folge. aus dem Liga. Bis zum nächsten Mal.